Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 15a bis 15c. Das sind Beratungen und mehrere Vorlagen zum Weinbau. Wer nicht teilnehmen möchte, den bitte ich darum, schnell den Saal zu verlassen, sofern es geht. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Haben wir es? Bei der FDP fehlen noch ein paar. Na, was Sie so Eile nennen. So, dann starten wir die Aussprache, und es beginnt für die Bundesregierung der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir. Frau Präsidentin! Meine Damen! Meine Herren! Es ist ja scheinbar schon gute Tradition bei uns im Haus, dass Reden zum Wein in diesem Haus eher zur vorgerückten Stunde gehalten werden. Aber ein gutes Glas Wein genießt man in der Regel ja auch nicht am Morgen, sondern am Abend. Und vielleicht ergibt sich ja beim einen oder anderen nach der Debatte ja noch die Gelegenheit dazu. Ich danke jedenfalls meiner Fraktion, dass ich als Baden-Württemberger aus der Länd heute zum Thema Wein sprechen darf. Schließlich liegt, ich weiß nicht, ob es alle wissen, eines der ältesten Weinbaugebiete Deutschlands, wo? In der Länd, das 3b-Land bei Bietigheim-Bissingen, Bessigheim und Bönigheim. Und Baden-Württemberg ist ja nicht einfach nur der Süden Deutschlands, sondern es ist der Weinsüden. Und ich habe gerade eben erfahren, mittlerweile leider nicht nur eine gute Nachricht, führen die Klimaveränderungen dazu, dass die Weinbauregion ja quasi jährlich gegen den Norden geht. Es gibt mittlerweile schon die ostfriesische Winzergenossenschaft. Man lernt dazu. Ich habe die jetzt anstehenden Änderungen beim Weingesetz sehr gern zum Anlass genommen, hier nicht nur als Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, sondern eben auch als Ihr Weinminister zu sprechen. Und in dieser Eigenschaft habe ich natürlich auch die Interessen des Weinbaus in Deutschland fest im Blick. Ich bin da sehr froh, dass wir jetzt mit der Änderung des Weingesetzes dafür sorgen, dass die Branche in dringend notwendigen, die dringend notwendige Planungssicherheit, ganz konkret weiterhin Geld aus Brüssel bekommt. Die gute Nachricht, gute Nachrichten kann die Branche in diesen alles andere als einfachen Zeiten dringend gebrauchen. Für mich ist klar, an der Qualität unseres deutschen Weines liegt es nicht, dass es die Branche gerade nicht leicht hat. Und mit der Forderung nach mehr Werbung für die deutschen Weine, die hier ja bestimmt noch kommen wird, rennen Sie bei mir nicht nur offene Türen ein, sondern ich habe erst kürzlich im Rahmen des Außenwirtschaftstags genau darauf aufmerksam gemacht, wir müssen erst mal in Deutschland natürlich, aber bitte auch im Ausland unsere guten deutschen Produkte und dazu gehört eben auch unser deutscher Wein stärker vermarkten. Meine Damen, meine Herren, lassen Sie mich von der hervorragenden Qualität unserer deutschen Weine noch zu zwei Herausforderungen kommen. Das eine ist das Thema Sustainable Use Regulation und das andere ist das Thema Kaliumphosphonat. Zum Thema SOR ist ja schon viel hier gesagt worden, auch von mir. Deshalb möchte ich noch mal kurz betonen, wofür wir uns in Brüssel einsetzen. Das Ziel einer 50-prozentigen Reduzierung bis 2030 orientiert sich übrigens an dem, was in Baden-Württemberg beim Bienenreferendum zwischen Bauernverband und Naturschutz als Kompromiss schlauerweise erzielt wurde. Das teilen wir. Ich sage aber auch, was das Handwerk angeht. In der praktischen Umsetzung haben wir massive Kritik. Ich denke da beispielsweise an die Definition sogenannter sensibler Gebiete, aber auch an das Referenzjahr. Da besteht dringender Gesprächsbedarf. Unsere Position ist eine, die sagt Schützen und Nutzen. Beides gehört zusammen, meine Damen und Herren. Das ist kein Gegensatz. Das zweite Thema ist das Thema Kaliumphosphonat, ein Pflanzenschutzmittelwirkstoff, den sich der Ökoweinbau seit vielen Jahren drängend wünscht, auf den er angewiesen ist, insbesondere zur Bekämpfung des falschen Mehltaus. Die Kenner hier werden das wissen. Leider ist Deutschland bereits zweimal in der Europäischen Kommission mit dem Antrag gescheitert, diesen Wirkstoff endlich in die Liste der mit dem ökologischen Landbau zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe aufnehmen zu lassen. Ich bleibe da dran, aber ich will die Gelegenheit auch nutzen, insbesondere die Kollegen von der CDU und CSU anzusprechen und sie um Hilfe, Unterstützung zu bitten. Die Kommissionspräsidentin trägt ja ihre Farbe, ihre wahrscheinliche neue Spitzenkandidatin. Die Mehrheit der Kommissare ist von Ihnen. Die größte Fraktion im Europaparlament ist von Ihnen. Bitte helfen Sie uns, dass die Sonderkultur des Weinbaus, aber auch des Obstbaus in Deutschland eine Zukunft hat. Helfen Sie uns beim Kaliumphosphonat. Wir brauchen da mehr Vernunft in Brüssel. Meine Experten stehen zur Verfügung in meinem Haus, das gemeinsam voranzubringen. Ja, meine Damen, meine Herren, ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit zu fortgeschüttender Stunde. Und jetzt freue ich mich vielleicht, dass wir nach der Debatte möglicherweise auch gemeinsam noch ein Glas trinken können. Lassen Sie mich mit Friedrich Hegel schließen. Im Wein liegt Wahrheit. Und mit der stößt man manchmal auch an. Danke. Das Wort erhält Arthur Auernhammer für die CDU-CSU-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister, am Sonntag an Johanni endet traditionsgemäß die Spargel-Saison das Beste, was einem Spargel passieren kann, dass er vom fränkischen Silvaner begleitet wird. Und ich sage bewusst fränkischen Silvaner und das ist auch ein Beispiel. Sie haben Ihr Weinbaugebiet genannt. Wir haben in Deutschland 13 wunderbare Weinanbaugebiete, eine wunderbare Vielfalt eines Weinbaus in Deutschland, wo uns viele beneiden. Das ist nicht nur ein Genussmittel, das ist auch Kulturträger. Das trägt zur Förderung des Tourismus bei. Und dabei soll es auch bleiben, meine Damen und Herren. Und wir haben derzeit große Absatzprobleme. Nach der Corona-Pandemie trinken die Deutschen etwas weniger Wein. Ich glaube, in dieser Runde ist das nicht zu kritisieren. Aber wir müssen auch was tun. Und da, Herr Minister, bin ich an Ihrer Seite. Wir müssen was tun mit der Absatzförderung, auch beim Export. Die Qualität des deutschen Weines ist hervorragend. Wir wollen diesen guten deutschen Tropfen niemandem vorenthalten, sondern auch entsprechend unterstützen bei der Vermarktung. Die große Herausforderung ist natürlich die Vorgaben aus Brüssel. Und ich merke ja das in all den Reden, auch bei anderen Darbesondungspunkten. Also, unsere Ursula von der Leyen, die muss ja wirklich allmächtig sein in Brüssel. Aber wissen Sie auch, dass Sie als Bundesminister im Europarat sitzen? Wissen Sie, dass die Bundesregierung Deutschland auf der europäischen Bühne vertritt? Und deshalb bitte ich darum, dass wir hier gemeinsam vorankommen, dass wir hier gemeinsam vorankommen und solche Vorgaben wirklich ausbremsen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird auch beantragt, hier in der Debatte, dass wir uns um die sogenannten Piwi-Weine kümmern. Für diejenigen, die es nicht wissen, Piwi-Weine sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und die mögen sicherlich ein Schlüssel sein zur Verringerung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, auch im Ökoweinbau. Aber Piwi-Weine kann man nicht wie eine Maispflanze im Frühjahr aussehen und im Herbst ernten. Das dauert halt Jahre. Und deshalb brauchen wir hier Geduld, brauchen wir den Umbau langsam, müssen das weiterhin unterstützen. Und wir haben auch andere Antworten auf erfolgreichen Weinbau in Zukunft. Vielleicht sollte man auch etwas wieder auf die alten Rebsorten in Deutschland zurückgreifen, diese Genedik nochmal an den Tag bringen und uns dann aufstellen. Wichtig ist, dass wir alle dem deutschen Wein nach wie vor gut gewogen sind. Ich bin dafür dankbar, dass wir im Parlamentarischen Weinforum parteiübergreifend auch die Gesetzesnovelle unterstützen. Was die Anträge anbelangt, da bitte ich doch auch um die Zustimmung unseres Antrags der Union. Vielen Dank. Susanne Mittag gibt zu Protokoll. Und wir kommen zur AfD-Fraktion Bernd Schattner. Frau Präsidentin! Herr Minister! Bevor ich meine Rede beginne, ich hätte mir eigentlich persönlich gewünscht an so einem Abend, dass da statt einem Glas Wasser zumindest eine Weinschorle hier heute stehen hätten, oder für die Bayern vielleicht ein Gläschen Bier wäre, fand ich auch nicht verkehrt gewesen. Da wir diesmal die zweite Lesung zum 11. Gesetz zur Änderung des Weingesetzes haben und sich keine Änderungen zur letzten Lesung ergaben, müssen die Winzer wieder einmal am Tropf von Brüssel hängenbleiben. Diese Regelungen zu Lasten der Winzer werden wieder einmal eins zu eins von unserer Bundesregierung umgesetzt und damit mehr Bürokratie und Aufwand für unsere Winzerfamilien geschaffen. Aber kommen wir doch mal zu guten Nachrichten. Unser Antrag zur Förderung von pilzwiderstandsfähigen Reben wurde ja in der letzten Lesung von allen demokratischen Parteien sowie den Linken und den Grünen positiv begleitet. Beispielhaft zitiere ich mit Erlaubnis der Präsidentin Herrn Ebner. Wir wissen, der Weinbau ist sehr abhängig von Pestiziden und tut sich entsprechend schwer mit der Reduktion. Daher sind sogenannte pilzwiderstandsfähige Sorten ein wichtiger Baustein zur Reduktion von Fungiziden im Weinbau. Das ist überhaupt keine Frage. Ich freue mich, dass es Erzüchtungserfolge ohne Gentechnik gibt. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Nun, Herr Ebner, offenbar scheinen Pflanzenschutzmittel und Pestizide nicht zu Ihren Stärken zu gehören. Sonst wüssten Sie nämlich, dass ich überhaupt nicht über Pestizide gesprochen habe. Ich sprach über Pflanzenschutzmittel. Das ist etwas grundsätzlich anderes. Pflanzenschutzmittel sind, wie der Name schon sagt, zum Schutz der Pflanzen vor Krankheiten da. Daher unterlassen Sie doch bitte einfach solche Bemerkungen in der Zukunft. Denn der Weinbau und die Landwirtschaft benötigen den Pflanzenschutz, um gesunde und ausreichende Nahrungsmittel für uns, die Verbraucher, herzustellen. Werfen wir noch kurz einen Blick in den Antrag der CDU. Hier erkennt man leider wie immer einmal die Doppelmoral dieser Partei. Konservativ auftreten, aber dann linksgrün handeln. Viele Ihrer Forderungen sind richtig und können wir sogar unterstützen. Offensichtlich kam Ihr Antrag deshalb zu spät, weil Sie noch einen Teil unserer Forderungen abschreiben mussten. Leider unterwerfen Sie sich dann aber in vielen Forderungen doch wieder einmal kritiklos dem Ökodiktat aus Brüssel. Wir hier in Deutschland brauchen eben nicht mehr EU im Weinberg. Wir brauchen eine souveräne, ausschließlich an deutschen Interessen ausgerichtete Landwirtschaftspolitik. Leider hat die CDU ja, die Grünen denken schon lange nicht mehr an Deutschland. Das ist kein Thema. Leider hat die CDU, die am Antrag vergessen, den Teil mit den exorbitanten Kostensteigerungen aus meinem Antrag zu kopieren. Mit einer Unterstützung zum Beispiel bei den Kosten für Flaschen oder Kartonagen hätte man alle Winzer, egal ob öko- oder konventionell, direkt und schnell entlassen können. Wir als AfD werden uns immer für unsere einheimische Landwirtschaft einsetzen. Das merken Gott sei Dank nicht immer mehr Winzer und Landwirte vor Ort, sondern mittlerweile auch 20 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und damit erhebe ich mein Glas auf eine blaue Zukunft in Deutschland. Vielen Dank. Zum Wohl. Und das Wort erhält Dr. Gero Clemens Hocker für die FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, man ist geneigt, nach diesem Beitrag erst mal tief durchatmen zu wollen und sich sozusagen wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das werde ich versuchen, meine Damen und Herren. Ich freue mich darüber, dass wir in dieser großen, weitgehenden Einmütigkeit darüber diskutieren, dass tatsächlich dieses Weingesetz entsprechend auf den Weg gebracht werden wird. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich mir auf der anderen Seite aber auch wünschen würde, dass wir in anderen Themenbereichen auch etwas einmütiger diskutieren würden, über alle Fraktionsgrenzen hinweg, wenn es um Genussmittel geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen das Ganze ausdrücklich sagen, man hat manchmal da draußen das Gefühl, wenn man auf dieses Parlament, auf den Deutschen Bundestag schaut, dass wir uns mittlerweile quasi teilweise übergriffig verhalten, wenn Politik meint, mit immer neuen Regeln, mit immer neuen Vorgaben, mit immer neuen Verboten, mindestens aber immer wieder bei Genussmitteln mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger zu Werke gehen zu wollen und Menschen in unserem Land zu einer bestimmten Verhaltensweise anzuleiten. Meine Damen und Herren, bei aller Vernunft empfinden Menschen schlichtweg Lebensfreude dabei. Das ist bei den Vorräten noch deutlich zum Ausdruck gekommen. Wenn Sie Wein trinken, ja, vielleicht wenn Sie Bier trinken, vielleicht übrigens auch, wenn Sie ein Stück Fleisch verzehren, zu einem Stück Schokolade greifen oder vielleicht sogar ein Glas Whisky mit einer Zigarre verkonsumieren. Meine Damen und Herren, es ist schlichtweg nicht unsere Aufgabe als Parlamentarier, all dies zu bewerten, politisch zu diskreditieren oder gar zu verurteilen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, nichts auf dieser Welt ist ohne jegliche Auswirkungen auf unser Klima oder auch auf Biodiversität. Veganes Essen ist häufig mit viel Einsatz von Energie hochverarbeitet, manuelle Bodenbearbeitung bei der Bioproduktion, Ökoproduktion für zu hohen CO2-Emissionen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, gar kein Alkohol ist manchmal auch keine Lösung. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Menschen in unserem Lande die Freude an Verhaltensweisen, die vielleicht nicht alle zu jedem Zeitpunkt tatsächlich für wünschenswert erachten. Und hören wir auf, immer häufiger in das hineinzuregieren, was Menschen schlichtweg einfach Freude bereitet. Vielen Dank. Und das Wort erhält für die Fraktion Die Linke Ina Lappendorf. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Von der Koalition der vorgelegte Gesetzentwurf ist unproblematisch. Es geht in erster Linie um die Garantie der weiteren Fortzahlung der Beihilfen der EU für die Weinwirtschaft in Deutschland. Und das ist gut so. Ich habe von diesem Pult aber schon kritisiert, dass bereits Anfang April 2023 die EU-Fördermittel für das Programm Stützungsmaßnahmen deutscher Wein ausgeschöpft war. Und wir erfuhren auf Nachfrage dann in der Beratung im Ausschuss, dass eine Aufstockung der Mittel auch nicht vorgesehen ist. Und das ist kein gutes Signal für die Winzerinnen und Winzer, die unter dem Rückgang des Absatzes leiden. Mein Lieblingswinzer aus Osan Mosel hat Anna Mosel bereits aufgegeben. Und es gibt keinen Betriebsnachfolger. Große Weinbetriebe können kurzfristige Umsatzeinbußen irgendwie kompensieren. Für die Kleinen sieht es eher düster aus. Die meisten kleinen Winzereien sind aber auf die regionalen und Selbstvermarktung angewiesen und daher viel stärker von der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung betroffen. Und nicht nur das. Die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels drückt auch auf die Lebensadern der Weinproduktion. Und wenn die Bundesregierung hier nichts tut, um die Marktmacht zu begrenzen, werden dem Weinsektor die Daumenschrauben angesetzt und der Wein wird nicht mehr fließen. Eine Preisaufsicht und Kontrolle ist dringend nötig. Nicht nur hier. Und gerade die kleinen und mittleren Betriebe müssen unterstützt werden. Und wenn die Gelder für die Strukturmaßnahme Wein ausgeschöpft sind, muss nachgesteuert werden. Das sollte in unser aller Interesse sein. Und wir sind es den Winzerinnen und Winzern schuldig. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Dieter Stier für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zur Beratung steht heute nicht nur einfach der Entwurf des Weingesetzes der Ampel, sondern zugleich auch eine andere, aber eine viel entscheidendere Frage, nämlich die, wie wir mit Blick auf Brüssel den verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln gewährleisten wollen. Und von dieser Weichenstellung hängt die Zukunft des Weinbaus in Deutschland ab. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, auch in meinem Wahlkreis, nämlich im Anbaugebiet Saale-Unstruth. Ein professioneller und ertragsorientierter Weinbau ist ohne effizienten Pflanzenschutz nicht denkbar. An dieser Tatsache kommt niemand vorbei, welcher die Diskussion ernsthaft führen möchte. Wir haben daher als Unionsfraktion einen Antrag vorgelegt, wie man Weinbau- und Pflanzenschutzmittelreduktion in Einklang bringen kann. Und dieser Antrag ist auch dringend nötig, da sich die Ampel mit dem Brüsseler Verordnungsentwurf über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln eben noch nicht kritisch genug auseinandergesetzt hat und bisher auch jede Einsicht in die Korrekturnotwendigkeiten verweigert hat. Der maßlose Verschärfungsansatz der Kommission bleibt schlicht unwidersprochen. Das führt zu großer Unsicherheit unter den Winzerinnen und Winzern. Die Fachleute sind verwundert, und als wäre das nicht bedenklich genug, kommen noch viel radikalere Töne aus den Reihen der Grünen im Europaparlament, Herr Ebner. Der Verordnungsentwurf sei nicht streng genug, lautet das Urteil der Ökoaktivistin und Fernsehköchin Sarah Wiener. Als Berichterstatterin fordert sie Rabiat ein viel härteres Reduktionsziel. Sie will auch eine noch massivere Verschärfung erzwingen, 80 Prozent Reduktion bis 2030. Das löst bei vielen Plankes Entsetzen auf. Auf ein klares Signal der Ampel zur Unterstützung warten wir hier vergebens. Sie werden also mit ihren Sorgen noch allein gelassen. Würde man das umsetzen, was da alles ersonnen würde, dann wäre die Folge, dass Weinbau in Deutschland nicht mehr möglich ist. Existenzangst geht unter den Winzern um. Das zu banalisieren, was Sie hier tun, ist schäbig. Für mich ist klar, fachkrämpfremde Erwägungen und auch dogmatische Einflüsse haben in dieser Verordnung nichts zu suchen. Die Bundesregierung muss ihren Einfluss in Brüssel eben stärker geltend machen. Eine Überarbeitung des Entwurfs ist unaufweist. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Abgeordneten Bär? Auch von der Grünen-Fraktion? Gerne. Ja, nun müssen Sie auch. Es verlängert ja schließlich meine Zeit. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt noch in die Länge ziehe. Aber ich habe das Gefühl, dass, was Herr Stier gerade sagt, nicht stimmt. Deswegen möchte ich nachfragen. Herr Stier, haben Sie zur Kenntnis genommen, was der Bundesminister gerade gesagt hat in Bezug auf den Vorschlag von der EU-Kommission? Haben Sie wahrgenommen, das Non-Paper, das die EU-Kommission dazu geschrieben hat? Und haben Sie gelesen, was Sarah Wiener als Berichterstatterin im Europaparlament schreibt? Sie sagen 80 Prozent Reduktion. Ja, das steht da. Aber 80 Prozent Reduktion für die besonders gefährlichen Stoffe, die die EU als Substitutionskandidaten gekennzeichnet hat. Das wird in der Systematik des Gesamtvorschlags dazu führen, dass alles andere eben weniger reduziert werden muss. Und genau das ist doch sinnvoll. Haben Sie das alles nicht gelesen, nicht gehört? Herr Geschätzter, Kollege, ich habe das sehr wohl wahrgenommen und habe es auch gehört. Aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir auch eine andere Beurteilung haben und dass wir glauben, dass der Einfluss nicht groß genug ist, um diese Dinge dort zu verändern. Und das ist bitteschön meine und unsere Meinung, und die würde ich Ihnen gerne auch hier sagen. Und auf was kommt es deshalb jetzt an? Nämlich eine Reduktionsstrategie, die muss wirtschaftlich vertretbar sein, praxistauglich. Zweitens, wir brauchen keine starrenen, kompromisslosen Totalverbote für die sensiblen Gebiete. Sie sind abwegig und unberechtigt. Und drittens, machen Sie sich bitte stark, und das ist nochmal die Forderung auch von uns, für eine möglichst bürokratiearme Umsetzung. Stoppen Sie den Anbau auch immer neuer Dokumentationspflichten. Das gilt für den Weinbau, genau wie für die Landwirtschaft. Und hören Sie bitte endlich auf, alles kritiklos aus Brüssel herunterzuschlucken, was Ihnen dort vorgesetzt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen die berechtigten Bedenken unserer Winzerinnen und Winzer nicht leichtfertig in den Wind schlagen. Es geht um viel. Unterstützen Sie deshalb bitte unseren Antrag, damit die mittelständische Weinbautradition in Deutschland erhalten bleibt. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich wollte eigentlich noch einen schönen Weinspruch sagen, will aber an die Ampelkoalition mitgeben. Sie müssen jetzt wirklich zum letzten Satz kommen. Denken Sie bitte immer daran, der deutsche Winzer weiß eines ganz genau, beim Wein ist es wie in der Politik. Man merkt meist erst hinterher, welche Flasche man geöffnet hat. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Weingesetzes. Hören Sie zu. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19 72 76 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19 68 74 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen, bis auf die AfD-Fraktion. Enthaltungen sind keine. Dann ist der Gesetzentwurf damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Gesetzentwurf mit dem gleichen Ergebnis wie bei der zweiten Beratung endgültig angenommen. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft auf Drucksache 19 72 76 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 19 69 14 mit dem Titel Förderung von pilzwiderstandsfähigen Reben. Piwi-Reben haben wir ja heute gelernt. So, wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind wieder alle Fraktionen, bis auf die AfD. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19 72 53 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann machen wir das so.